Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Mann, was haben wir bisher? Eine Reise hinter uns. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir hier eigentlich gelandet sind, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen um und rufen uns. Sag mal, wenn du keine Lust auf das Spiel hast, dann geh doch nach Hause. Alter Falter, was ist denn los mit dir? Ja, also das gibt es ja gar nicht. So, genau, ich würde sagen, dort schläft die vom Fest. Gut, nach der Reise, ich meine, die hat jetzt schon einiges hinter sich. War jetzt nicht die aufmerksamste, ach, Rufhorst, war jetzt nicht die aufmerksamste im ganzen Spiel. Aber gut, wer kann sie verdenken? Ich meine, wenn der Datenspeicher kaputt ist, dann kann das schon mal passieren. Aber gut, gucken wir mal nach. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Äh, 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 ikzigzigzigzig. Äh, 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 bist du eklig, Rufos. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Hm, ach ja. Ach ja, genau, Rufus. Ach ja. So, ach, was haben wir denn hier? Äh, Kaugummiautomat. Äh, genau. Was? Äh, verdächtiges Lämpchen. Hier sind ganz viele verdächtige Lämpchen. Ah ja. Äh, ein Regal. Ist das ein Regal? Ich hätte jetzt eher gedacht, ein Strohkasten oder so. Ja, Rufus. Rock and Rufus. Äh, Zuckerwattemaschine. Äh, Hebel. Hebel 1, Hebel 2, Hebel 3. Na, aber gut, dass ich zählen kann. 1, 2, 3. Also hätten die das nicht angezeichnet? Hebel 1, Hebel 2, Hebel 3. Oh, ich hätte nicht gewusst. Ein Sardellenautomat. Also, ich meine, ich esse zwar gerne Fisch, aber ich glaube, ich habe noch nie Sardellen gegessen. Müsste ich jetzt lügen. Ähm, aber ein Fischautomat. Hm, naja, gehen wir hier rein. Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Dynamit gefischt. Alles klar, das sagt ja schon alles. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Bäh, war das ein Würger? Was war denn das? Ihhh. Mh, Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Ach, er kennt sich aus. Okay, gut. Dann nehmen wir das mal mit. Kriegen wir noch eins? Ich hab noch. Ach, du hast noch. Okay. Ähm, Hebel. Sollen wir die jetzt schon benutzen? Hebel. Die Schalter verstellen die Lichter. Da, drei. Und auf der anderen Seite, eins. Hm. Oh. Machen wir das mal wieder zurück. Aha. Eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Ich habe keine Ahnung, warum wir das machen können, aber ich denke, wir gehen erst mal da. Ich war hier schon mal. Als Kind. Mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich hab ihn nie wieder gesehen. Armer Rufus. Armer Rufus. Ähm. Ja, also armer Kerl. Gut. Dann gehen wir. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren. Und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ja, dann wüsste sie, dass der unverwechselbare, lässige Rufus vor ihm steht. Und, äh, ja. So. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Ja, dann machen wir es doch mal auf. Da scheint was dahinter zu sein. Was zum, ein Stecker? Och, nö. Ähm. Haben wir eine Zehn? Stecker. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Ups. Aber da waren die Synapsen endlich mal am Arbeiten. Auf jeden Fall. Da, äh. Was haben wir denn? Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ja, äh, okay. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Einen Stock. Ich habe ja keinen Stock. Oder? Doch, wir haben wohl einen Stock. Iiiiih. Nein. Nein. Na, wir gucken uns erst mal um. Iiiiih. Nein. Nein. Ich möchte... Nein. Iiii. Iiiiih. Da ist ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Natürlich. So. Dann gehen wir mal an den Automaten. Einen Kaugummi. Aber sofort. Was? Hm. Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Aber es... Einen Kaugummi. Okay. Kriegen wir noch einen? Hm. Ist wohl nichts mehr drin. Okay. Wir haben das letzte da rausgeholt. Ähm. Ja. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendwas ist hier doch sicherlich noch. Irgendwas. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Okay. Äh. Ich will das nicht tun. Warum macht man sowas? Iiiiih. Maschine? Mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ja. Das macht Sinn, dass sie nur das machen, wofür sie gebaut wurden. Kann man das... Kaugummi klebt nicht auf Fisch. Diese Erkenntnis hat mich den Angelschein gekostet. Alles klar. Gut. Kann man Kaugummi da rein machen? Maschine? Mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Also diese Geräusche, die die Maschine von sich gibt, das ist der Hammer. Also gut. Ähm. Okay. Dann... Sonst ist hier nichts. 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 Ähm. Ja. Gut. Dann drücken wir mal den Hebel. Drei und drei? Sechs, oder? Ja. Du kannst rechnen, Rufus. Das ist sehr, sehr gut. Was passiert denn? Upsi. Äh. Was denn? Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Hat der jetzt den Hebel abgerissen? Wo ist denn der Hebel drin? Hallo? Es sind alles Primzahlen. Ähm. Das hier gab's schon mal. Es sind alles Primzahlen. Ja. Was, wenn ich Quersummen will? Ähm. Jetzt vielleicht? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also... Maschine? Mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hisse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ja. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Was ist denn hier noch? Ach, hier kann man raus. Ach so. Ähm. Müssen wir die zurücklassen, oder was? Okay, komm. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal da lang. Und schauen mal, was es dazu gibt. Ähm. Oh. Äh. Genau. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ja, 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 ist ja gut. Ist ja gut, Rufus. Alles gut. Äh. Äh. Was? Ach so. Ähm. Runter. Ja. Tolle Anzeige. Runter. So. Okay. Äh. Gehen wir mal da hin. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie so eine Bahnhofshalle zum Turm. Gibt's nirgendwo hin. Äh. Schauen wir uns. Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz. Mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Also ich sehe weder Krabben noch irgendwelche Getränke noch sonst irgendwas. Ich, ähm. Oder sehe die Krabben? Seht die mehr als ich? Oh, eine Klappe. Oh. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Logisch. Rufus, du bist ein Denker. Du bist ein absoluter Denker. Ein richtiger Denker. Ach so. Ähm. Die. Äh. Ach, Fackel. Komm, wir stecken dann. Fisch rein. Der Stock passt in die Halterung. Aber solange die Fische nicht brennen, bringt mir das nichts. Ähm. Okay. Ähm. Aber ein Kaugummi. Ein Kaugummi geht doch überall rein. Oder? Komm. Das hält auch ohne Kaugummi. Äh. Okay. Gut. Äh. Äh. Kaugummi kann nie genug Zucker haben. Das hält auch ohne Kaugummi. Wichtig. Äh. Kaugummi klebt nicht auf Fischen. Diese Erkenntnis hat mich den Angelschein gekostet. Ja. Okay. Gut. Dann. Äh. Den gute Fisch. Den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha. Da kommen sie auch schon und jubeln. Nein. Moment mal. Sie winken ab. Süß. Ähm. Sag mal. Hat Rufus doch die blaue Pille anstatt die rote genommen? Wieso sieht er Maden? Er sieht Krabben. Er sieht Maden. Also irgendwie. Ähm. Bahnhofshalle, Turm. Wo wollen wir lang gehen? Äh. Turm. Äh. Gehen wir mal hier lang. Ich habe keine Ahnung wo wir lang gehen. Gehen wir einfach mal hier lang. Mal schauen was hier so ist. Ähm. Hier haben wir wieder eine Klappe. Wollen wir mal gucken was da schönes ist. Ähm. Achso. Muss da wieder irgendwas hin? Achso. Okay. Ja, 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 ja. Oder 0. Ja. Ja, du bist ein Denker. So. Auf dem Mosaik sieht man windende Menschen. Und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Ähm. Hm. Aber man sieht auf jeden Fall Menschen, die, äh, auf jeden Fall irgendwas hochhalten. Das erinnert mich ein bisschen an, äh, Harry Potter, als Dumbledore gestorben ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das gehört jetzt nicht hierhin. Äh. Ähm. Die Harry Potter Fans wissen, was ich meine. Und, ähm. Ja. Gut. Dann, äh, was haben wir denn hier? Eine Lampe. Einzige Licht hier hinten. Ach so, das war's schon. Äh. Ach. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und, hey, hey, hey. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Äh. Dann nehmen wir es doch mal mit, ne? So. Steht da irgendwas drauf? Können wir das jetzt? Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Ja. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So. Äh. Äh. Was war das denn? Äh. Ist hier sonst noch irgendwas? Können wir da hin? Da hin? Da hin! Nö. Ach so. Was für Dreckte Mosaikscheibe. Äh. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Gut. Dann, äh, komm. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Ja, ich glaube auch mal etwas davon gehört zu haben. Ich glaube, man nennt das... Ach, wie heißt das? Ich habe das gehört. Moment. Äh. Putzmittel? Platten? Ich glaube, irgendwie sowas war das. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus. Ähm. Tut mir leid. Ich bin, äh, da nicht so... Ich glaube, es gibt ein spezielles... Ja, 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 ja. Wir wissen ja, äh... Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was gemeint ist, welche Dinge... Gemeint sind, die wir meinen. Äh. Nein, bitte schreibt es nicht in die Kommentare, um Gottes Willen. Jetzt denken alle, was? Der macht nie sauber. Präcksau. So. Ähm. Oh, wo sind wir denn hier? Äh. Zahnräder. Was ist denn eine Uhr? Das ist eine interessante Uhr. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Äh. Ups. Nein. Was haben wir gemacht? Was haben wir getan? Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Oh, Fuß. Schade. Nein. Mach sowas bitte nicht. Nein. Nicht so lange, wie wir hier sind. Das Code fällt für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Ja, und dann war das Ding weg. So. Äh. Was? Zur Plattform. Okay. Dann, äh. Gucken wir uns dieses... Diese Gerätschaft... U. F. Das war's nicht. Das vielleicht. R. U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Ähm. Vielleicht. Äh. Äh. Fabulös. Äh. Vielleicht. Äh. Gigantomanisch. Vielleicht. Äh. Äh. Es ist aber keine Frage, wie ist die XP-Allegetisch? Äh. Wer weiß das schon? Äh. Wir wissen es nicht. So. Zur Plattform. Verdammt. Funktioniert denn hier gar nichts? Äh. Was ist das? Äh. 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 Elysium? Wer ist das? Wahrscheinlich Kitis, wa? Ähm. So. Dann gehen wir mal zurück zum. Zur Bahnhofsstelle. Ähm. Hallo? So. Ja. Also wo wir hier, also anscheinend sind wir hier an einem Bahnhof, an einem sehr alten Bahnhof. Würde ich behaupten. Würde ich behaupten. Äh. Und das auf einem Müllplaneten, muss man dazu sagen, natürlich, ne? So. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zum Turm. Zum Turm. Ähm. Ah ja. So. Hier war doch was. Hallo? Ach so. Ähm. Ein Kran. Hier ist wieder ein wunderschöner Kran. So. Ein Tümpel. Ach. Was? Äh. Äh. Was? Oh. Ein Schnabel kuscheltier. Oh. Okay. Äh. Eine Kurbel. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier gibt's nix. Hier gibt es nix. Ganz schön tief. Und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Aha. Ja. Das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Hä? Okay. Äh. Kofferraum. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ähm. Okay. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Hä? Kommt der nicht da dran? Kann man hier nicht lang? Oder was? Ja. Och. Im Ernst jetzt. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ja. Och. Eine Hupe. Was für ein Chaos. Normalerweise ist die Hupe doch auf der Motorhaube. Und nicht zwei Autos weiter. Auf der Motorhaube. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Hallo. Ich will möpeln. Mann. Ich will möpeln. Äh. Will ich machen. Äh. Äh. So. Eine Gabel. Ich krieg schon wieder Hunger. Ja. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Wir wissen, du willst den Nächsten. Wie bescheuert. Ich spare mir meine... Ja, ja, ja. Alter, Walter. Ist ja gut. Wir haben es ja oben. Eine Tonne mit, äh... Achso. Da kann man lang. Achso. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Da greift er da. Also, äh. Rufus. Sag mal. Was ist denn das? Da greift er einfach da rein. Säure oder Wasser? Stopp. Wen juckt's schon? Sag mal. Ähm. Aber was kann ich denn jetzt hier machen? Ich... Hm. Hab ich irgendwas übersehen? Oder gehen wir mal wieder zurück zu... Goal, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Das ist ja bestimmt irgendwas übersehen. Hoch. Runter. Da. Fern. Kennt ihr das? Na. Fern. Ja, los, du alter Hautegen. Los jetzt. So. Hm. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frettenfett. Richtig. So. Wir haben ganz schön was durchgemacht. Was wir... Ja, aber was können wir denn jetzt machen? Ach, da ist ein Hebel. Jetzt steht er auf Kalzone. Äh. Ähm. Ähm. Vielleicht jetzt? Mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ja, äh. Ich habe keine Ahnung. Verändert sich jetzt hier irgendwas? Was, wenn ich Quersummen bilde? Ähm. Oder hier? Was, wenn ich Quersummen bilde? Auch nicht. Äh. Was ist denn, wenn wir hier drauf gehen? Jetzt steht er auf Phosphor. Phosphor. Hm. Gucken wir was jetzt mal. Maschine, mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ja. Hm. Äh. Kaugummi. Komm. Maschine, mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte. Ja, ähm. Aber was machen wir denn jetzt? Was können wir denn jetzt hier noch machen? Äh. Mann. Hm. Okay. Ähm. Weißt du was? Ähm. Ich bin... Also okay. Ja. Gut. Äh. Benutzen wir mal wieder diese Funktion hier. Hebel. Hebel. Ja. Ja. Rock'n'Roofus. Ähm. Joa. Hm. Was haben wir hier? Okay. Das haben wir auch. Ja. Das haben wir ja schon gesehen. Gehen wir mal wieder hier lang. Äh. Das haben wir auch gesehen. Äh. Das haben wir uns doch angeguckt, oder nicht? Hm. Äh. Äh. Ach hier. Ein Kieselstein. Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Ach so. Ach da. Und da kann man weitergehen. Ach so. Ne. Ach so. Das haben wir ja schon gewesen. Ähm. Den nehmen wir dann auf jeden Fall mit. Äh. 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 Ja. Hm. Gut. Hm. Wollen wir hier nochmal gucken? Äh. Was haben wir hier? Ein Putzschrank. Ein Putzschrank. Was da wohl drin sein könnte. Hm. Ein Wischmopp. Und Seife. Wow. Wir sind voll dabei. Was haben wir hier? Ein Eimer. Jetzt geht's aber ab hier. Ähm. Oh. Ähm. Ja. Können wir damit irgendwas machen? Das ist ein Öltank. Kein Ölhahn. So schade das auch ist. Okay. Ähm. Gut. Ja. Ein Kieselstein. Seife. Ähm. Eimer. Aber kein Wasser, würde ich sagen. Obwohl. Obwohl. Halt. Wir haben Wasser. Doch. Wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Natürlich haben wir Wasser. Wo unser Feilerruf es natürlich reingegriffen hat. Ohne zu wissen, was da drin ist. Ein sehr mutiger Mann. Ich hätte es nicht getan. Aber. Hofus ist halt. Fabulös. Fabulös. Ein fabulös lässiger Mann. So. Ähm. Dann nehmen wir mal ein bisschen Water. Ein bisschen Waterloo. Waterloo. So. Dann geht's jetzt wieder zurück. Ah. So. Ähm. Seife da rein. Zack, zack, zack. Hm. Schaumig. Yeah. Schaumig. So. Das da noch. Yeah. So. Ähm. Jetzt müsste das aber gehen. Oder? Komm. Das machen wir jetzt hier sauber. Sauber. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Meine Damen und Herren, wir sehen, wie Rufus putzt. Eine Weltpremiere. Mist, der Wischmob ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Hm. Okay. Äh. Gehen wir erstmal zur Klappe. Schauen wir uns das mal an. Ja, da ist sehr viel drin. Was haben wir denn jetzt hier? Äh. Eine Mob-Stange. Äh. Okay. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Was? Da ist die Tanzstange. Da die Krabben. Und da die Cocktailsoße. Und hey, hey, hey. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Ähm. Warte mal. Äh. Wir haben doch hier diese Mosaik-Scheibe. Zabalot. Der Stein hält nicht. Und nun? Der Stein? Zabalot. Und nun? Der Stein? Ähm. Stein? Nein. Hier ist Handarbeit gefragt. Wer gern zu Hause mit Stein wirft, sollte kein Glashaus mieten. Wer gern zu Hause. Wer gern zu Hause. Okay. Ähm. Vielleicht so. Ich brauche mehr Licht. Du brauchst mehr Licht. Ich habe aber nicht mehr Licht. Äh. Die Sardellen sind schon gewaschen. Ich kann die Seife. Hm. Niemals. Wie sollen die Historiker sonst meine Taten rekonstruieren? Ähm. Hm. Aber irgendwas muss man ja mit dem Stein machen können. Hm. Gehen wir mal da hin. Vielleicht können wir da irgendwas einschmeißen oder so. Wer gern zu Hause mit Stein wirft, sollte kein Glashaus mieten. Wer gern zu Hause. Okay. Dann gehen wir mal da hin. Vielleicht können wir ja... Ich sag ja. Vielleicht können wir ja eine Scheibe einschmeißen oder so. Wer weiß. Wer weiß. Wollen wir mal schauen. Wer gern zu Hause mit Stein... Leute, Leute, Leute. Hm. Wer braucht mehr Licht. Hm. Mehr Licht. Vielleicht damit? Irgendwie. Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Mehr Licht. Mehr Licht. Hm. Vielleicht dieses Gehäuse hier. Hm. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Was? Die Schusswaffe? Ähm. Upsi. Also. Ja. Hm. La 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 la. La 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 la. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zurück zu Goal. Und dann machen wir mal wieder einen kleinen Cut. Und ähm. Dann schauen wir mal, was wir mit dem ganzen Zeug noch machen können. Wir schauen uns dann natürlich noch mal ein bisschen um. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Was der feine Cain jetzt nicht gesehen hat. Und ähm. Ja. So. Gut. Ruflos kommen. Geh es jetzt vor. Dahin. So. Schauen wir uns das Publikum an. Äh. Das Publikum. Ihr seid jetzt das Publikum. Ihr seid keine Zuschauer mehr. Ihr seid direkt das Publikum. Mittendrin statt nur dabei. In der ersten Reihe. So. Liebe Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ähm. Ja. Lass mal Goal mal schlafen. Und dann machen wir das jetzt mal ganz leise natürlich. Ja. Mein Fuß ist ja auch schon müde. Er wird sich gleich zum Wohl legen. Ja. Wie gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. In diesem Sinne gehabt euch wohl, liebe Freunde.